Racky Light, schnelle, präzise Aufklärungsbilder aus der Luft. Seit 2009 hat die Luftwaffe das digitale Aufklärungssystem Racky Light. Racky ist die Abkürzung für das englische Reconnaissance, gleich Aufklärung. Der Racky Light Pod wiegt 200 Kilogramm. Er liefert Bilder aus einer Höhe von bis zu 5000 Metern, bei einer Spitzengeschwindigkeit von fast 1000 kmh. Das Racky Light System wird am Rumpf des Tornados angebracht und besteht aus dem Behälter mit schwenkbaren Kameras, dem digitalen Breitband-Datenlink und der Bodenauswertungsstation. Es kann so programmiert werden, dass es ein Ziel selbstständig und kontinuierlich verfolgt. Die Racky Light Kameras können bei Tag und Nacht mit Infrarot und optischen Sensoren hochauflösendes digitales Bildmaterial sammeln, von bewegten und stationären Zielen. So erhalten die Aufklärer ein hochaktuelles Lagebild, was den Schutz der Truppe unmittelbar erhöht. Die Racky Light Kost lucidee Die Racky Light Kost Vielen Dank.